Mega mobil auf MAN-Basis und was wir noch alles da reingemacht haben, unbedingt anschauen und dran machen. Ich sage herzlich willkommen bei MIGA Caravan bei uns auf dem Kanal in Dingesbühl, der schönsten Altstadt Deutschlands. Ich muss das einmal dazu sagen, laut Fokus, aber es ist einfach eine super super schöne Altstadt. Ich habe mir vorgenommen, ich werde, wenn jetzt das Wetter ein bisschen besser wird, einfach mal ein etwas anderes Video machen. Ich möchte nämlich mal die Stellplätze hier in Dingesbühl filmen und möchte auch euch die Stadt mal ein bisschen näher bringen. In einem kurzen Schnelldurchlauf einfach, damit ihr einfach auch mal mitkriegt, warum hier die Menschen so gern zu uns kommen nach Dingesbühl. Wir haben zwei tolle Stellplätze. Unser Bürgermeister gibt da wirklich viel, viel Geld aus und investiert unheimlich viel Energie, weil er auch selber ein sehr großer Campingfreund ist und natürlich auch auf den Tourismus der Campingfreunde steht. Macht auch richtig Laune und die Infrastruktur für die Campingplätze und Campingstellplätze, also Stellplätze, Wohnmobilstellplätze, ist hier sehr, sehr gut. Auch haben wir einen großen, schönen Campingplatz an einem See gelegen, gleich neben Dingesbühl, auch wunderbar. Also ist schon richtig geil. Zurück zu unserem Thema. Wir sind in unserer kleinen Wohnmobilwerkstatt, haben wir wieder ein paar Sachen gemacht. Wir haben diese Woche eine Kastenwagenwoche gehabt, wo wir drei Kastenwagen fertig gemacht haben, unter anderem natürlich auch nur den einen oder anderen Tageskunden gehabt haben. Also wir haben richtig, richtig gut zu tun gehabt, müssen gucken, dass wir morgen noch die Reste gar fertig kriegen. Ich freue mich schon drauf, dass da wieder rund geht und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal in die Werkstatt und ich zeige euch das und bringe euch das ein bisschen näher im Überflug, weil ja, einzelne im Detail, die Technik, habe ich ja schon oft genug gemacht. Gehen wir natürlich auch immer wieder und immer wieder drauf ein, was es Neues gibt. Aber jetzt schauen wir mal ab in die Werkstatt und gucken, was wir da alles fabriziert haben. Ja Leute, ich mache jetzt hier mit euch einfach mal die Tür auf, um dieses Fahrzeug anzugucken. Ein Megamobil auf MAM-Basis. Der Kunde hat uns das Auto hergestellt, funkeln, nie gegen nagelneu, direkt vom Werk. Ein kleiner Sonderausbau, also richtig klasse. Ihr seht hier schon mit Hubbett, ich bin jetzt niemand, der so direkt auf die Grundrisse eingeht. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, ist wirklich schick gemacht, also richtig toll. Funkel, niegelnagelneu. Okay, ich zeige euch jetzt auch mal unseren Elektrokasten, der hier sich drunter verbirgt. Wir machen hier einfach mal auf, dann sehen wir hier schon den EBL. Was haben wir hier alles verbaut? Natürlich eine jede Menge WCS-Technik. Hier haben wir schon mal zweimal 155 Amperestunden Lithium-Batterien. Also 310 Amperestunden richtig, richtig Feuer. Dann haben wir hier natürlich unseren Hightech-Ladebooster von WCS. Nach wie vor auf dem Markt, glaube ich, mit das Beste, was man bekommen kann. Also ich kenne nichts anderes, nichts Besseres. Sicherungen werden natürlich noch beschriftet. Ihr seht hier hinten Masseverteiler, Plusverteiler. Hier unten unsere Sicherungen, die werden morgen noch beschriftet. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Da kommen wir dann morgen zum Final dazu. Hier haben wir noch den Solaregler, weil wir haben dann noch gleichzeitig drei Panel aufs Dach gebaut. Und natürlich darf die gute Kombi nicht fehlen. Die sitzt hier. Da haben wir natürlich eine 3000er WCS-Kombi. Also richtig geil. Also ich finde das Auto richtig, richtig klasse. Super gut geworden. Ein schöner Energiekasten. Macht natürlich echt Spaß, weil hier hat man alles zusammen. Da hinten haben wir die 230 Volt-Verteilung. Trotz alledem haben wir natürlich schon richtig arbeiten müssen, damit wir das alles sauber da reinkriegen. Aber ich glaube, man kann das sehen. Das ist ordentlich. Das ist wirklich top gemacht. Also meine Jungs haben da richtig Gas gegeben. 40er Solarregler, damit auch von oben richtig Power runterkommt. Auch das haben wir gewährleistet. Natürlich mit Bluetooth-Dongle, damit man das alles dann auch dementsprechend so abrufen kann. Also da haben wir schon mal richtig, richtig Energie. Dann kann man hier auch nochmal von vorn reingucken, wenn man da hinten die Sicherungen austauschen muss. Nicht wundern, der gehört da hinten nur drauf, weil da fällt nur die Sicherung. Die muss noch reingemacht werden und beschriftet werden. Also ist schon echt eine tolle Sache. Saubere Einbau, muss ich sagen. Dann gehen wir eine Stufe weiter nach innen, weil wir haben natürlich im Innenraum auch noch was gemacht. Laufen wir mal an der Seite vorbei bei dem tollen Fahrzeug. Gehen wir mal kurz ins Innere des Autos. Hier haben wir natürlich noch die Glässana verbaut. Auch die haben wir hier ordnungsgemäß, weil es war keine Toilette vorhanden. Haben wir reingebaut. Tolle Sache. Dann hier oben natürlich das Display von WCS für die Kombi. Und jetzt räume ich hier mal schnell unsere Papiere alle weg. Voilà. Dann kann man nämlich auch mal einen Blick hier drauf werfen. Dann sehen wir nämlich, das ist ein Fahrzeug ohne Kochfeld, weil es absolut gasfrei ist. Der Kunde, nehme ich an, hat dann ein Induktionskochfeld, wo hier hergestellt wird zum Kochen. Dementsprechend auch die Kombi mit einer 3000er, damit wir das gewährleisten können. Tolles Badezimmer. Auch sehr schick. Schaut richtig schön aus. Tolle Nasszelle. Allgemein auch die Polster von dem Fahrzeug. Echt schön. Also gefällt mir richtig gut. Also muss ich sagen, Hut ab. Ganz, ganz tolle Sache. Das mal kurz zu dem Auto. Dann schwenke ich gleich rüber zum nächsten, weil wir haben natürlich diese Woche Kastenwagenwoche gehabt. Also da geht richtig was. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Fahrzeug. Ist schon fast, ja, langweilig will ich nicht sagen, aber wir haben hier eine Diesel-Droma montiert. Die Gas-Droma kam raus, Diesel-Droma kam rein. Das haben wir sauber und ordentlich bewerkstelligt. Ein paar Dinge muss man da immer beachten, modifizieren. Sicherungen müssen passen. Die Querschnitte von den Kabeln müssen dementsprechend erhöht werden, damit man auch das Flackern vom Licht nicht hat und und und. Also das wurde hier alles umgesetzt. Jetzt geht es nur noch um eins. Wir müssen morgen nur noch schnell den Tankentnehmer fertig machen. Und dann ist auch das Thema durch und das Fahrzeug noch putzen. Also nur eine Stunde Arbeit und dann ist auch der wieder durch. Dann hat er auch ein gasreduziertes Auto, weil wir natürlich von der Gasgeschichte weg sind, vom Heizen und warmem Wasser. Und sind jetzt rein auf Diesel umgestiegen mit der neuen Truma. Habe ich ja schon mal ein Video darüber gemacht mit der neuen Truma. Die ist echt klasse. Braucht man immer frei brennen. Hat mehrere Brennstufen, hat mehr Leistungsklassen, integrierten Höhenkit und und und. Also echt eine mega tolle Geschichte. Ich selber habe nur die alte Truma Diesel bei mir verbaut. Ja, muss ich nur ein wenig sparen, dass man die auch reinbauen kann, weil die neue Truma ist schon richtig fett. Also muss man sagen, die macht schon richtig Spaß. Aber natürlich brauche ich erst mal alte auf, um dass ich dann auch vielleicht mal in den Genuss komme. Natürlich haben wir auch überall, wo wir die verbauen, das neue Display. Ist ja klar. Ist auch richtig schick. Wir kommen mittlerweile gut damit klar. Es gibt ein paar Features, die könnten ergänzt werden. Wie Truma sagt, wird es auch noch stattfinden. Ich mache über dieses Display mal ein Special, damit man von der Bedienbarkeit auch mal ein bisschen durchblickt. Ist nämlich gar nicht so schwer, wie es augenscheinlich scheint. Also kann man eigentlich ganz gut handeln. Muss man ganz gut sagen. Also, und dann machen wir uns schon wieder auf den Weg zum nächsten Auto. Ja, wow. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich die Unterlagen zur Hand nehmen und muss ablesen. Weil der hier kriegt als Kastenwagen feuerrotes Wohnmobil von Pössl ein Komplettumbau. Also, ich lese euch das mal vor. Wir haben hier mittendrin, sind dabei, haben angefangen. Hier haben wir schon mal das Kraftpaket eingebaut von 310 Amperestunden. Er kriegt noch eine Kombi 2060. Er kriegt einen Ladebooster. Er hat die zwei Batterien. Er kriegt eine Toilette C1. Er kriegt eine Maxvan. Er kriegt eine UVC-Einheit. Desinfektion, Wasserdesinfektion. Und natürlich noch ältere Steckdosen und Solaregler. Und dann tauschen wir auch noch die Kombi da drin. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Die hauen wir raus. Und dafür kriegt er eine Diesel-Kombi. Die bauen wir dafür ein. Also, das ist mal ein richtig großer Komplettumbau. Hier hinten sehen wir schon die Toilette fast fertig. Hier haben wir schon den ersten Solaregler drin. Dann kommt nur zwei dazu für die Solartasche. Hier haben wir die Lithium-Batterien drin. Jetzt kommt dann als nächstes auf der Seite der Booster. Und hier müssen wir uns dann dafür entscheiden, die Kombi mit reinzumachen mit einer entsprechenden sauberen Entlüftung. Hier sehen wir schon die ganze Kabelvorbereitung, die wir gemacht haben mit unseren Verteilersicherungen. Also, hier sind wir schon richtig gut dabei. Und ja, das ist natürlich wieder mal so ein richtig geiler Mega-Umbau. Auch dieses Auto hat jede Menge Sachen bekommen. Wir haben jetzt leider schon alles zumachen müssen. Darum kann es im Detail gar nicht mehr so zeigen. Wir haben natürlich hier eine Glesana eingebaut. Jetzt brauche ich mal den Zettel, was wir bei dem Fahrzeug noch alles gemacht haben. Wir haben eine Kombi eingebaut. Eine 2000er Kombi von WCS. Wir haben einen Ladebooster verbaut von WCS. Wir haben zweimal 155 Amperestunden Lithium verbaut von WCS. Also, auch hier haben wir wieder richtig mit WCS dementsprechend alles montiert. Dann hat auch er eine D6, nein, eine D4 bekommen. Also, auch eine Dieselheizung. Auch hier machen wir morgen nur schnell den Tankentnehmer drin. Untenrum alles sitzt, Pumpe sitzt, alles ist fertig. Display haben wir hier oben hingebaut. Genau, da ist es. Haben wir das Display hingemacht. Und da machen wir morgen auch noch final den Rest. Dann ist auch das fertig. Also, ihr seht, das sind schon immer tolle, tolle Umbauten. Bedingt durch die Dieselfreiheit und jetzt ein bisschen mehr Akkukapazität hat man natürlich hier echt Möglichkeiten. Also, ihr seht, hier haben wir die WCS Akkus reingeschraubt. Zack. Also, da hat man dann schon Möglichkeiten in die Autologie gehend, wo schon wirklich phänomenal ist. Also, muss man ganz klar sagen. Und ich freue mich da immer richtig für den Kunden, weil das echt Laune macht, wenn jemand so ein Fahrzeug sich so umbaut. Muss man ganz klar sagen, macht natürlich richtig Spaß. Dann hat er noch jede Menge Steckdosen gekriegt. Und was wir auch noch gemacht haben, das zeige ich euch hier mal bei dem Auto. Jetzt schauen wir mal, ob wir da noch rankommen. Jawohl, da ist noch offen. Weil hier hat man ja das Fach mit der Toilette. Und hier haben wir jetzt die Wasserdesinfektion eingebaut. Die kennt ihr von mir. Ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht in meinem Auto. Kennt ihr jetzt auch hier die Desolyt. Dementsprechend, wo das Wasser mit UVC-Bestrahlung dann desinfiziert. Eine ganz tolle Geschichte. Verbauen wir sehr, sehr oft. Ist sehr, sehr wirksam. Und da sind die Leute auch richtig dankbar drum. Also muss man echt sagen, auch das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, und somit geht auch dieses Fahrzeug morgen raus. Also morgen haben wir eine Auslieferung von vier Autos. Fünf Autos werden wir morgen geholt. Und die nächsten stehen schon in den Startlöchern und versuchen dann dementsprechend auch hier wieder weiterzukommen. Ich muss jetzt alle möglichen Autos noch umrangieren, damit wir für morgen früh fit sind. Und da legen wir dann gleich mal los. Ja, ich denke, es sind tolle Umbauten wieder gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, die Umbauten sind immer richtig geil. Es macht ja immer Spaß, das fertige Produkt zu sehen. Das ist richtig schön, weil da kommt, ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, richtig Laune auf. Also mir gefällt das immer sehr gut, wenn die Kunden solche Autos sich bauen. Wir dürfen das Ganze ausführen, den Kunden dann übergeben. Man sieht das Lächeln, das Strahlen. Und die haben dann richtig Spaß mit den Fahrzeugen. Und das ist schon echt einen richtig geilen Job, den ich da habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Unser Team steht da auch voll dahinter. Denen macht es auch richtig viel Spaß. Auch das ist richtig schön. Und alles in allem habe ich schon echt einen Traumjob. Ich hoffe, der Umbau oder die Umbauten haben euch wieder so ein bisschen mitgenommen, ein bisschen angesprochen, was möglich ist, was man tun kann. Dann, was auch vielleicht für euch in Frage kommt oder auch nicht. Das ist immer sehr kundenspezifisch. Da muss ich sagen, muss man immer auskristallisieren. Was habe ich mit dem Auto vor? Was will ich können? Was soll das Auto können? Was will ich machen? Und dafür sind dann wir da, um euch dann die richtigen Wege aufzuzeigen beziehungsweise euch dahingehend so ein bisschen zu beraten. Also, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Ich sage, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ich werde, ja, ich denke, weiß ich noch nicht, wann das nächste Video kommt, weil ich bin jetzt mal ein bisschen kurz unterwegs. Aber schauen wir mal. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was wir noch so hinkriegen. Und wir sehen uns auf alle Fälle dann spätestens im nächsten Video. Und bis dahin sage ich, bleibt mir gesund. Und wie gesagt, passt auf euch auf. Und dann bis bald. Euer Micha. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020